Heute bauen wir ein Basic-Web-Designs-Fed-Up. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es darum, wie wir uns eine Web-Entwicklungsbasis schaffen. Das heißt, es geht heute wirklich darum, einen absolut Basic-Task-Runner zu erstellen mit GALB. Damit habe ich in der Vergangenheit schon etwas gemacht. Ich persönlich bin ein riesen Fan von GALB. Ich verstehe jeden, der jetzt sagt, hey, es ist 2018, warum nutzt du nicht Webpack oder warum nutzt du nicht direkt eine IDE wie beispielsweise Web-Storm oder PHP-Storm oder irgendwas in dieser Richtung. Und alles davon hat seine Daseinsberechtigung. Ohne Frage. Allerdings geht es mir in diesem Video darum, dass man möglichst leicht einen relativ umfangreichen Task-Runner beziehungsweise eine Umgebung schafft, um alle Videos, die auf diesem Channel in Zukunft kommen, die ich ja mit CodePen, wie letzte Woche angekündigt, umsetzen werde, direkt einbauen kann. Das heißt, wir haben nicht so viele Anforderungen an diese Umgebung mehr oder weniger. Es geht mir darum, einmal zu verstehen, wie man aus CSS-Dateien coole CSS-Dateien macht. Dann geht es darum, wie man aus JavaScript-Dateien eine JavaScript-Datei macht und externe JavaScript-Dateien zum Beispiel aus dem Node-Packet-Manager, also aus NPM, einbindet, ohne sie direkt verlinken zu müssen, sondern dass man einfach nur sagt, hey, Import, jQuery und jQuery ist drin. Und es geht mir darum, wie man beispielsweise HTML-Dateien minifizieren kann und das alles, ohne dass man viel machen muss. Mir ist ganz bewusst, dass sowas beispielsweise mit umfangreichen Tools viel besser geht. Allerdings haben diese zwei Nachteile. Nummer eins, Programme wie beispielsweise WebStorm oder PHP-Storm sind, wenn man nicht gerade Student oder Auszubildender ist, nicht ganz so billig. Und vor allem, wenn man jetzt beispielsweise damit kein Geld verdient, sondern einfach nur seine kleine Homepage damit bearbeiten möchte, ist das ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Dasselbe gilt ebenfalls für WebPack. Jeder von euch, der, keine Ahnung, irgendwas mit Angular macht oder beispielsweise mit React oder sowas, direkt zu WebPack, beste Sache, die ihr machen könnt. Ich selbst nutze es auch dafür. Wenn ihr ein Video über WebPack sehen möchtet, schreibt das unten in die Videokommentare. Mache ich liebend gerne. Allerdings finde ich für Einsteiger einen Taskrunner wie Gal wirklich perfekt, weil er auf JavaScript basiert und damit relativ leicht nachzuvollziehen ist. Man hat eine Entwicklungspipeline, die Tools laufen da durch und fertig ist. Genau das werden wir mehr oder weniger heute machen und damit legen wir auch direkt los. Wenn ihr jedoch Fragen habt oder Probleme oder selbst Vorschläge bringen wollt für neue Videos unten in der Videobeschreibung, ganz oben findet ihr ein Ding zu Discord. Schaut vorbei, joint in unserem Server, unterhaltet euch mit anderen Mitgliedern dieser Community oder stellt einfach Fragen oder beantwortet oder schlagt neue Videos vor. Ansonsten, ja, legen wir jetzt direkt los. Verliegen keine weitere Zeit, also auf geht's. So und los geht's mit dem heutigen Video. Das erste, was ich gemacht habe im Vorfeld, ist ein GitRepository zu erstellen, weil das sollte man, egal ob man eine App macht, eine Website, ein Programm oder was auch immer, sollte man immer haben. Ein GitRepository ist die Basis von allem. Wie man das macht, wie man es nutzt und so weiter, habe ich in einem Video schon mal erklärt. Das ist unter der Videobeschreibung verlinkt. Deswegen gehe ich hier nicht näher darauf ein. Grundsätzlich kopieren wir uns jetzt unser GitRepository, indem wir hier auf Clone gehen, suchen uns diesen Link hier raus. Den gibt es auf jeder Plattform, egal ob GitHub, Bitbucket oder was auch immer. Und das nächste, was wir machen, wir öffnen eine Entwicklerkonsole. In meinem Fall sage ich, ich gehe einfach direkt auf den Desktop. Hier sind schon ein paar Dateien. Das ist nicht weiter schlimm. Hier oben gebe ich dann einfach ein CMD. Damit öffnet sich die Entwicklerkonsole direkt in dem Verzeichnis, wo ich CMD eingegeben habe. Sage jetzt hier Git, Clone und füge unseren Link ein. Drücke auf Enter. Und in dem Moment wurde praktisch einfach eine neue Datei hinzugefügt. Das heißt, ich habe jetzt hier ein neues Verzeichnis, das heißt Website Demo, genauso wie unser Repository heißt. Und damit kann ich jetzt jede Menge Stuff machen. Grundsätzlich gebe ich jetzt hier oben CMD ein, um ein neues CMD-Fenster zu öffnen in diesem Verzeichnis. Dieses hier kann ich löschen. Wie dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen ist, befindet sich hier drin noch keine Gitignore. Das werden wir gleich machen, da diese Datei essentiell ist für eine gute Entwicklungsumgebung, um einfach unwichtige Dateien, die man nicht benötigt, auszuschließen. Aber erstmal muss ich das Ganze hier ein bisschen größer machen, weil so ist es doch ein bisschen schwer, das Ganze zu sehen. So, das ist doch schon deutlich besser. Das mache ich jetzt ein bisschen kleiner wieder. Und das nächste, was wir machen, wir müssen jetzt hier in unserem Verzeichnis, das wir uns hier angelegt haben, einige zusätzliche Features hinzufügen. Und zwar wollen wir als erstes GALB installieren. GALB ist dieses Programm hier. Ich habe darüber schon mal eine Videoreihe gemacht, wie man mit GALB oder wie man GALB im Prinzip installiert und wie man damit SAS-Dateien komprimiert. Wir werden heute etwas Ähnliches machen, nur deutlich umfangreicher. Und zwar das erste, was wir machen müssen, ist, wir müssen diesen Befehl hier oben eingeben. Was heißt, wir sagen jetzt hier NPM, also wir benutzen das Node Packet Manager, also den Node Packet Manager. Auch hierzu habe ich schon mal ein Video gemacht, das ist ebenfalls unter Videobeschreibung verlinkt. Und damit kann man sich nett oder ziemlich leicht einfach Dateien, Frameworks, alles Mögliche installieren. Und das spart einem sehr viel Arbeit. Wir geben jetzt im Prinzip also einfach nur das ein, was wir hier oben sehen. Was heißt, wir installieren jetzt gerade die GALB CLI global auf unserem Computer. Das bedeutet dieses G hier hinten dran. Und wie ihr seht, dauert das jetzt etwas. Und ich cutte jetzt einfach mal, bis es fertig ist. So, jetzt ist es fertig und wir können im Prinzip das Nächste installieren und zwar NPM install. Oder wir können statt install auch einfach I schreiben. Sagen GALB slash D. Und installieren hier drin jetzt im Prinzip ein neues, ja, GALB. Und in dem Moment, wo ich das hier drin installiere, werdet ihr gleich sehen, dass hier ein neuer Ordner auftaucht. Zumindest müsste er hier gleich auftauchen und da ist er schon. Und zwar den, also Node Modules Ordner. Und diesen werden wir gleich für einiges benutzen. Aber grundsätzlich brauchen wir für unsere Entwicklungsumgebung, sobald wir mit Node Modules arbeiten, eine neue Datei. Und die bedeutet NPM init. Das geben wir jetzt einfach hier ein. Und jetzt sagt er hier, this utility will a walkthrough create in a package.json file. Und diese Datei, also die package.json, ist eine, ja, ein Übersichtspfile für euer Projekt. Das heißt später, wenn jemand anderes mit eurem Projekt weiterarbeiten möchte, benötigt er dieses File, um alle Informationen zu haben. Grundsätzlich, wie, ja, wie heißt unsere, unsere Demo? In unserem Fall sagen wir einfach Website Demo. Das können wir ganz groß schreiben. Website Demo. Das nächste, ja, okay, wir müssen Website Minus Demo sagen. Ach, toll. Okay, Website Minus, Minus Demo. Okay, hat so funktioniert. Unsere Version ist 1.0.0.0. Das machen wir. Description, das ist eine Demo. Enter. Entry Point ist die Index.js. Das passt. Wobei wir hier auch das Skype-File später nutzen können, wenn ihr möchtet. Aber das ist relativ egal. Git Repository ist das Git, was wir auch runtergeladen haben. Das passt auch. Keywords füge ich jetzt nicht hinzu. Hier kann man beispielsweise irgendwelche Keywords hinzufügen, die das Projekt beschreiben. Autor sage ich jetzt einfach mal Johannes. Und Lizenz passt. Ist es okay? Yes. Und in dem Moment, wo ich das hier gemacht habe, habt ihr gesehen, ist eine neue Datei hier aufgepoppt. Das Ganze eröffne ich jetzt einfach mal in Atom, um es euch ein bisschen besser zu erklären. Und das ist im Prinzip der Grundstein zu allem. Was ist das hier für eine Fehlermeldung? Weiß ich nicht. Klicke ich weg. Package.json. Hier drin steht im Prinzip alles, was wir gerade gemacht haben. Das ist eine Übersicht von allem, was irgendwie mit diesem Projekt zusammenhängt. Und ist halt praktisch für jeden, der sich damit beschäftigen möchte. Und viele Tools greifen hierauf zurück. Also das sollte man immer korrekt anlegen. Und natürlich später auch beispielsweise die Beschreibung. Nicht nur, das ist eine Demo. Da kann ruhig ein bisschen mehr stehen. Und auch beispielsweise bei Versionierung oder so sollte man darauf achten, welche Version es ist. Grundsätzlich stehen wir jetzt aber vor einem kleinen Problem. Und zwar, hier unten seht ihr, wenn ich das noch ein bisschen größer mache, dass hier gerade 1548 Files hinzugefügt wurden. Hier müssten eigentlich etwa irgendwas mit 20.000 wahrscheinlich stehen, weil dieser Node-Modules-Ordner ist gewaltig. Und dieser Node-Modules-Ordner umfasst alles, was ihr macht. Was heißt, wenn ihr später jQuery installiert, wird der in diesem Node-Modules-Ordner landen. Wenn ihr irgendwelche anderen Libraries installiert würden, werden die ebenfalls alles hier landen. Wenn ihr, wie wir gleich später machen, werden jede Menge Galb-Plugins installiert, werden die alle in den Node-Modules-Ordner landen. Und würden so, wie es jetzt gerade ist, eurem Git-Repository hinzugefügt werden, was ewig dauert. Was heißt, in dem Moment, wo ihr so viele Dateien gleichzeitig einem Git-Repository hinzufügen möchtet oder sie wieder klonen möchtet, das macht alles nur unnötig kompliziert, zumal ihr das nicht braucht. Also diesen Node-Modules-Ordner braucht ihr wirklich nicht mit synchronisieren, sondern das wird alles später über die Package-Json geregelt und das werde ich euch auch gleich demonstrieren. Grundsätzlich müssen wir aber erstmal verhindern, dass der überhaupt übermittelt wird. Ihr seht hier schon, dass ich drei verschiedene Arten von Dateien habe. Einmal ein Git-Verzeichnis, das ist dunkelgrau. Dann die Readme und die License, die sind normalgrau. Und Package und das Node-Module sind grün. Das bedeutet einfach nur, dass Package eine neue Datei ist, die beim nächsten Commit dem Git-Repository hinzugefügt wird, genauso wie der Ordner und alle Unterverzeichnisse und Ordner des Node-Modules-Verzeichnisses. Wir müssen jetzt also eine neue Datei erstellen und die nennen wir .git und dann einfach ignore. Drücken auf Enter, haben jetzt hier eine neue Datei und dieser Datei fügen wir jetzt noch ein, zwei kleine Unterdateien hinzu. Und zwar können wir jetzt einfach, das kopiere ich mir mal eben, das hier einfügen. Und in dem Moment, wo ich hier Node-Modules, also das Verzeichnis, aufschreibe und Enter drücke, wird dieser Ordner ebenfalls dunkelgrau und wird nicht mehr von Git beachtet. Hier unten sind jetzt nur noch zwei Files, die hinzugefügt werden. Einmal die gitignore und die packet.json. Und die beiden sollen natürlich auch hinzugefügt werden. Und so könnt ihr beispielsweise auch, wenn ihr jetzt für eure Webseite beispielsweise große Videos habt oder so etwas, dann könnt ihr diese Verzeichnisse hiermit auch ausschließen und müsst sie nicht damit synchronisieren. Grundsätzlich reicht uns das erstmal und wir können jetzt damit anfangen, wirklich GALB zu nutzen. Das bedeutet, ich habe ja hier schon einige Sachen gemacht und wir sagen jetzt hier einfach npm install gulp slash slash. Also ich flagge das jetzt mit zwei Strichen und sage hier save dev, drücke Enter. Und in dem Moment, wo ich das hier durchlaufen lasse, installiert er GALB. Und hier in der Package.json wird etwas Interessantes passieren. Und zwar ist hier ein neues Verzeichnis, das heißt dev dependencies. Und in dem Moment, wo es jetzt fertig installiert ist, wird hier GALB hinzugefügt. Das Ganze hat einen gewaltigen Vorteil. Was heißt, in dem Moment, wo ich hier etwas hinzugefügt habe als dev dependency, wird es gemerkt und ich kann es später in einem Rutsch installieren. Was heißt, hier werden gleich, ich kopiere mir das nämlich jetzt einfach aus meinem vorgefertigten Preset raus, was wir alles später brauchen. Und zwar brauchen wir für unsere doch relativ einfache Entwicklungsumgebung jede Menge Files. Und zwar sage ich jetzt hier dev dependencies, dass hier oben normale dependencies sollte es eigentlich nicht drinstehen. Formatiere das mal eben korrekt. Und habe jetzt hier jede Menge kleine GALB-Plugins, npm-Plugins und so weiter, die ihr braucht. Theoretisch müsstet ihr euch die später alle selbst installieren. Ich muss mal gucken, wie ich das am besten hoste, aber irgendwie steht in der Videobeschreibung eine genaue Liste hiervon. Grundsätzlich, in dem Moment, wo ich praktisch die Package-JSON abgespeichert habe mit allen dev dependencies, kann ich sogar so weit gehen und sagen, okay, diesen Node-Modules-Ordner, den brauche ich nicht. Also beispielsweise später würdet ihr das genau so aus eurem Git-Repository runterziehen. Und ihr wollt dann natürlich sofort damit arbeiten, ohne euch viel Arbeit zu machen. Und das geht ganz einfach. In dem Moment, wo ich praktisch in dem Verzeichnis bin und hier schon ein Package drin liegt, kann ich einfach sagen, npm-i, drücke Enter. Und er beginnt jetzt alle einzelnen dev dependencies und natürlich normale dependencies zu installieren. Und damit erzeugt er hier gleich einen neuen Node-Modules-Ordner und jede Menge Dateien. Und das ist halt einfach der Grund, dass man es einfach hier drin speichert und auflistet, okay, das sind die Plugins, die ich nutze, das sind die dependencies, die ich habe, zu irgendwelchen Libraries, zu irgendwelchen Tools und so weiter. Dann kann man das hiermit wunderbar machen. Grundsätzlich müsst ihr deswegen halt den Node-Modules-Ordner niemals verwenden. Aber das Ganze dauert jetzt etwas. Das steht auch irgendwo hier oben, dass das eine ganze Weile dauert. Und deswegen springe ich jetzt einfach direkt zum Ende. So, jetzt hat er alle Plugins installiert und wenn wir jetzt hier draufklicken und zum Beispiel uns einfach mal diese Plugin-Liste hier angucken, zum Beispiel haben wir hier Babel Core. Wenn ich jetzt einfach mal B drücke, haben wir hier Babel Core. Wir haben jede Menge andere Babel-Programme, Plugins und so weiter. Das ist mehr oder weniger das umfangreichste, also das hier oben. Diese drei sind schon ziemlich heftig. Die benötigen wir einfach für JavaScript. Dann haben wir Browser Sync. Wir haben ganz normal Galp halt als Dependency und hier Auto-Prefixer, nochmal Babel, Browserify, Clean, CSS, Concat, HTML, Minifier, Inject, Plumber, Rename, Sass, Source Maps, Uclify und Sass. Was heißt du? Wir haben Sass sogar zweimal. Einmal Node-Sass, einmal normales Sass. Ich weiß nicht mehr genau warum, aber ich musste das machen, weil es sonst nie funktioniert hat. Grundsätzlich ist das im Prinzip jetzt unsere Entwicklungsumgebung und wir beginnen jetzt mit dem eigentlichen Task Runner. Das heißt, wir müssen eine neue Datei anlegen und diese heißt galp-file.js. In diesem Dokument müssen wir jetzt erstmal alle Plugins, die wir für Galp nutzen, aufschreiben. Und das sieht so aus. Das heißt, wir haben alle Plugins, die wir installiert haben, einfach hier hinzugefügt. Wenn ihr selbst neue Plugins installieren möchtet, geht das ganz einfach. Das kann ich ganz einfach demonstrieren, indem ich zum Beispiel einfach sage, galp-sass und dann öffnet sich einfach schon der npm. Und wenn ich das Ganze jetzt öffne, mein Internet ist gerade leider sehr schlecht irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Dann sieht man hier eine genaue Auflistung. Also zum Beispiel npm-i-galp-install oder hier halt direkt mit dev-dependency und dann wird hier auch erklärt, wie man es nutzt. Halt zum Beispiel, dass ich sagen muss, sass-require-galp-css und das habe ich hier schon gemacht, sass-require-galp-css. Das ist das Erste, was wir praktisch für unsere Entwicklungsumgebung brauchen. Das Nächste, was wir machen, ist, wir sagen hier unten eine Variable und sagen hier src und das speichern wir ab, ebenfalls als Dokument, nämlich Punkt, slash src, slash. Hier machen wir ein Komma und sagen hier Distribution, also dist gleich, Anführungszeichen auf, duck, dist, slash und das Ganze schließen. Diese beiden Verzeichnisse sind die Basis jeder guten Entwicklungsumgebung und diese müssen wir jetzt erstellen. Und zwar einmal sagen wir, wir erstellen einen Distribution-Ordner und in dem Moment brauchen wir auch einen Source-Ordner. Und diese beiden haben im Prinzip die Aufgabe, was habe ich da reingestellt, das muss natürlich raus, in dem Source, also in dem src-Ordner liegen praktisch später alle Dateien, die ihr benutzt, um die Webseite zu bauen oder die App zu bauen. So was wie eure scss, eure sass-Dateien, eure javascript-Dateien und so weiter. Und im Distribution-Ordner liegt alles, was minifiziert ist, was zusammengefasst ist, was später wirklich auf der Webseite eingebunden wird. In unserem Fall beispielsweise sage ich jetzt, in unserem Source-Ordner findet sich eine neue Datei und zwar einfach eine index.html. Das heißt, wir haben jetzt eine index.html. Ich gebe jetzt hier html, drücke Enter, habe eine ganz normale Standard-html hier drin und sage jetzt, hallo, wie geht es dir? Ich speichere das Ganze ab. Das Ganze können wir jetzt auch einfach nochmal in unserem Ordner hier öffnen. Was heißt, wir haben jetzt hier oben einfach unsere Index und hier steht, hallo, wie geht es dir? Und wir wollen jetzt damit einiges machen. Und zwar erstellen wir dazu einen sogenannten GALP-Task. Und das machen wir jetzt einfach erst mal mit Slash, Slash, machen hier so ein paar Zeichen rein. Und sagen jetzt hier, minify.html. Das ist unsere erste Aufgabe, die wir machen wollen. Was heißt, wir wollen später uns keinen Kopf mehr darum machen, dass wenn wir eine html-Datei haben, dass die beispielsweise später, wenn wir sie irgendwo einbinden möchten, minifiziert wurde. Das Ganze geht natürlich auch wunderbar mit PHP oder mit allen möglichen anderen Dateiformaten. Aber in unserem Fall einfach jetzt html. Und das erste, was wir jetzt machen, wir sagen gALP.task, also Klammer auf, und sagen hier, unser Task bedeutet unsere Aufgabe, die unser Task-Runner für uns machen soll, heißt html. Dann sage ich, es handelt sich dabei um eine Function. Das ist ganz normale JavaScript-Syntax und kann jetzt hier einiges hinzufügen. Und das erste, was wir machen wollen, ist, wir wollen alle html-Dateien in unserem Dist-Ordner löschen. Falls wir zum Beispiel jetzt hier in unserem Source-Ordner etwas löschen, soll die Datei in unserem Dist-Ordner auch weg sein. Und dafür sage ich src, also gALP src. Er soll jetzt in ein Verzeichnis gucken, in unserem Fall in unser Distribution-Verzeichnis, also in den Ordner hier oben, in den Dist-Ordner. Und hier möchte ich jetzt, dass unser Task-Runner jede Datei-Namen mit der Endung html anspricht. Und hier sage ich noch einen Wert, und zwar force true. Das heißt, er zwingt das im Prinzip, und hier füge ich jetzt einen neuen Pipeline-Punkt hinzu, also pipe clean, Klammer auf, Klammer zu, und beende das Ganze. In dem Moment, wo ich jetzt das hier gemacht habe, rufe ich ein Plugin auf, das wir zu Beginn in einem Rutsch installiert haben, und zwar das clean-Plugin. Das ist hier verlinkt, und das umfasst im Prinzip oder ermöglicht einem mit GALP, Elemente zu löschen. In unserem Fall wollen wir jetzt alles löschen, was in unserem html-Dist-Ordner liegt. Was heißt, in dem Moment, wo ich jetzt beispielsweise eine neue Datei hier erstelle, einfach neu file, test.html, habe ich jetzt hier in unserem Dist-Ordner eine neue Datei, und ich möchte jetzt das aufrufen. Dazu gehe ich wieder in unsere Konsole, und kann jetzt hier einfach sagen, GALP, und dann html, drücke Enter. Jetzt wird er gleich hier durchlaufen, und hat im Prinzip unsere Datei hier oben rausgelöscht. Wenn ich jetzt hier eine neue Datei mache, wie zum Beispiel test.php, und das Ganze ausführe, dann wird er das ebenfalls ausführen in 4,9 Millisekunden. Allerdings wird er nichts löschen, weil im Prinzip diese Endung php ist, und wir, wie gesagt, nur html-Dateien ansprechen. Wenn wir jetzt beispielsweise sagen, wir machen hier auch noch ein Sternchen und fügen das Ganze nochmal aus, dann werden wir alle Dateien löschen, die in diesem Verzeichnis liegen. Und wenn wir hier beispielsweise sagen, Sternchen, Sternchen, Slash, dann sagen wir, lösche alles in jedem Verzeichnis in Dist. Was heißt, selbst wenn wir jetzt hier irgendwas erstellen, wird das ebenfalls mitgelöscht. Das wollen wir natürlich nicht, weil es auch einfach lange dauert. Deswegen sollte man das immer so präzise wie möglich angeben. Aber wir wollen jetzt ja grundsätzlich mehr machen, als nur unsere html-Datei zu löschen, sondern wir wollen ja auch eine neue html-Datei erstellen. Und dazu sagen wir jetzt anschließend, wenn er alles gelöscht hat, soll er etwas Neues machen. Und zwar soll er uns dann aus unserem src-Ordner plus, und hier sage ich, alles.html, soll er uns nehmen. Also alle Dateien, die jetzt in unserem src-Ordner auf der obersten Ebene liegen, und soll uns als erstes mit pipe, und dann sage ich hier html, html, min, Klammer auf, Klammer zu, hier noch so eine kleine nette Funktion einfügen, und zwar collapse white space is true. Was heißt, wir wollen alles, was in dieser html-Datei nicht genutzt wird, also irgendwelche Abstände und Leerzeichen, so alles weg. Das brauchen wir alles nicht mehr. Und das nächste sagen wir, wir wollen das Ganze jetzt auch noch irgendwo hinzufügen. Was heißt, pipe, gulp.destination, und hier sagen wir einfach dist. Was heißt, das soll alles in unseren dist-Ordner hinzugefügt werden, und das Ganze speichern wir jetzt ab. Was heißt, indem ich das abgespeichert habe, haben wir jetzt hier eine html-Datei, und wir haben hier oben nichts drin, und in dem Moment, wo ich die Konsole habe, und wieder gulp.html eingebe, wird er im Prinzip durchlaufen und hat hier oben eine neue html hinzugefügt. Wenn ich da draufgehe, ist diese minifiziert, es steht alles in einer Zeile, und sie sieht halt nicht mehr so aus wie unsere, und wir müssen uns darüber jetzt keinen Kopf mehr machen. Allerdings müssen wir hier es manuell eingeben, und das ist irgendwie, ja, das ist anstrengend. Das heißt, wenn ich jedes Mal, wenn ich irgendwas abspeichern will, erstmal irgendeinen Befehl eingeben muss, ist das irgendwie nicht Sinn und Zweck einer guten Entwicklungsumgebung. Und deswegen brauchen wir jetzt einen sogenannten Watch-Task. Das sage ich jetzt hier oben einfach Watch, und erstelle mir jetzt hier einen neuen Galb-Task. Dieser Galb-Task.task heißt jetzt in unserem Fall einfach Default, weil das wird standardmäßig aufgerufen, wenn man einfach nur Galb eingibt, und sage hier, ich möchte eine Function starten, und diese Function soll jetzt etwas machen. Und zwar soll unsere Function soll galb.watch ausführen. Und in unserem Watch gibt es zwei Arten von Sachen, die wir machen möchten. Einmal, wir möchten, sobald unser Watch etwas entdeckt hat, soll im Prinzip unser HTML-Task ausgeführt werden, und dieser Tag soll jetzt bestimmte Sachen watchen. In unserem Fall einfach das SRC-Verzeichnis, also unser Source-Verzeichnis, und soll dort alle HTML-Dateien beobachten. Und in dem Moment, wo ich jetzt im Prinzip in unserem Task-Runner bin, sage ich jetzt hier einfach nur noch Galb. Er sagt jetzt hier, dass er gleich Default startet, und das läuft jetzt permanent. Was heißt, in dem Moment, wo ich mir das mal hier so ein bisschen rüberkopiere, und beispielsweise unseren Index, unserem SRC verändere, zum Beispiel kann ich jetzt sagen, wie geht es dir heute Morgen? Fragezeichen, speichere das Ganze, wurde automatisch in dem Moment, wo ich es gespeichert habe, der Task ausgeführt. Aber das gilt nicht nur, wenn ich etwas speichere, sondern auch wenn ich beispielsweise sage, new file, test.html, Anführungszeichen, und speichere das Ganze ab, würde es ebenfalls ausgeführt werden. Grundsätzlich bedeutet das, wir haben jetzt hier, das lösche ich mal wieder raus, delete, zack, haben wir jetzt hier einen Task, der für uns im Hintergrund das Komprimieren einer HTML-Datei übernimmt. Was heißt, ich kann jetzt hier auch einen neuen Div-Ordner hinzufügen mit, hallo, speichere ab, und es wird wieder ausgeführt. Das Ganze ist schon mal sehr praktisch, und wir haben schon mal eine Aufgabe, um die wir uns weniger kümmern müssen. Grundsätzlich wollen wir jetzt aber noch mehr machen. Was heißt, beispielsweise wollen wir jetzt hier oben einen neuen Task machen, dafür kopiere ich mir das mal alles, und schiebe es hier rüber, und sage minify sass. Dieser Task heißt sass, und damit wollen wir auch eine ganze Menge machen, nämlich deutlich mehr als das, was wir vorher gemacht haben. Als erstes erstellen wir auch mal hier wieder einen neuen Task. Dieser Task soll den Task sass hier oben ausführen, und soll hier alle sass-Files beobachten, aber nicht nur in unserem Source-Verzeichnis, sondern hier erstellen wir eine neue Folder, die heißt assets, assets, slash, und dann hier einfach sass. Und wenn ich das jetzt hier öffne, haben wir hier drin ein neues Verzeichnis, das heißt sass. Hier stelle ich mir jetzt ein neues main.sass-File, und habe hier jetzt ein sass-File, mit dem ich arbeiten kann, und das wollen wir beobachten, dafür müssen wir diesen Pass hier anpassen, und sagen hier im Prinzip assets, slash, sass, slash, und dann alle sass-Dateien. Das Ganze speichere ich jetzt ab, und kopiere mir das hier raus, weil das benötigen wir hier oben, das hier brauchen wir nicht, und füge das hier ein. Was heißt, er guckt sich als erstes mal alle sass-Dateien an, die in unserem Verzeichnis liegen, und benutzt diese. Aber wir wollen die, wenn das später alles fertig ist, unsere Aufgaben, wollen wir es wieder in unser Dist ausgeben, und hierfür müssen wir im Prinzip diesen Pfad hier einmal kopieren, hier einfügen, und wollen das einfach hier ausgeben, allerdings ohne eine Dateiendung, und auch ohne sass, sondern wir sagen hier, CSS wollen wir ausgeben, das heißt, wir wollen hier oben einen neuen Ordner erstellen. Grundsätzlich speichere ich das Ganze jetzt einfach mal ab, und wenn ich jetzt hier in unserem Main-File einfach sage, Body, Body, und sage jetzt hier, keine Ahnung, Background, FF6600, und speichere das Ganze ab, passiert erstmal nicht sonderlich viel, wenn ich jetzt unseren Task nehme, STRG-C, beende unseren Task, CLS löscht das alles, CLS löscht das alles einmal raus, und sage GALP SAS, speichere das Ganze ab, also für den Task einmal aus, dann habt ihr hier gesehen, es wurde ein neuer Assets-Ordner erstellt, und hier drin in unserer CSS liegt die Main-SAS. Das wollen wir natürlich nicht, das heißt, wir wollen keine SAS-Datei da drin liegen haben, weil das bringt uns ja nichts, die können wir nicht benutzen im Web, und macht uns daher alles nur schwerer. Das erste, was wir also machen, ist, wir benutzen ein Task, dieser Task heißt Plumber. Das heißt, wir sagen wieder Pipe, und fügen jetzt Plumber hinzu. Plumber ist ein GALP-Plugin, was uns ermöglicht, dass trotz eines Fehlers der Task zu Ende ausgeführt wird, und ihr GALP nicht neu starten müsst. Weil, wenn ihr dieses Plugin nicht einbindet, dann müsst ihr GALP nach jedem, beispielsweise Syntax-Fehler, neu starten, und das ist natürlich ziemlich ärgerlich, und das sollte man nicht machen. Das nächste, was in unserer Pipeline passieren soll, ist, wir wollen SAS benutzen. Das heißt, wir wollen aus unseren SAS-Files CSS-Files machen, und genau das tut dieses Plugin. Ab dem Moment, wo ich CSS erstellt habe, füge ich jetzt mit einem Auto-Prefixer alle möglichen Auto-Prefix hinzu. Das heißt, wie zum Beispiel dieses WebKit, XY, was auch immer man da hinterschreiben möchte, und so weiter, wird mit diesem Plugin automatisch hinzugefügt. Das nächste, was wir machen, ist, wir benutzen neben unserem Auto-Prefixer und unserem SAS und natürlich Plumber, das wir hier auch schon haben, benutzen wir jetzt noch ein Plugin, das heißt Rename. Das ist einfach hier das. Und das ermöglicht das, was wir im Prinzip, was ihr schon denkt, man kann eine Datei, die wir jetzt erstellt haben, wir haben jetzt im Prinzip eine SAS-Datei, eine CSS-Datei können wir umbenennen. In unserem Fall sage ich, diese heißt einfach Style. Das nächste, was wir machen, ist, unsere SAS-Datei, die wir erstellt haben, soll jetzt mit Clean-CSS minimiert werden. Was heißt, ich kann hiermit einfach eine minifizierte CSS-Datei erstellen und dafür fügen wir jetzt unsere eigentlichen Style natürlich am Ende noch ein Suffix hinzu, und zwar Punkt Min. Und das Ganze wird jetzt im Prinzip abgespeichert. Was heißt, wenn ich das jetzt so abspeichere und hier das rauslösche und abspeichere und hier unseren SAS-Task einmal ausfülle, dann wird hier jetzt eine neue Datei erstellt und die Style-Min-CSS. Allerdings gibt es jetzt ein Problem. Und zwar, wenn ich das jetzt beispielsweise in unserer Index einfach mal hier oben verlinke, was heißt, ich sage Link, drücke auf Enter und sage jetzt hier, in unserem Assets verzeichnet, in unserem CSS-Verzeichnis, soll er die Style.Min.CSS ansteuern, mit Enter das Ganze ausführen. Und wenn ich das jetzt hier öffne, wobei wir öffnen das nicht so, sondern wir öffnen natürlich unser Dist, unsere Dist-Index. Das heißt, das öffnen wir jetzt, gucken uns das Ganze mal hier in der Konsole an. Dann sehen wir jetzt, wenn ich hier auf unseren Body gehe, dass der, wurde es noch nicht dazu gefügt? Nein, weil ja natürlich, natürlich, wir müssen ja noch geil HTML ausführen, damit auch unsere minifizierte HTML-Datei funktioniert. Das Ganze aktualisieren wir jetzt und wir sehen jetzt hier, unser Body hat eine Datei. Allerdings sehen wir hier oben, dass dieser CSS-Befehl aus der Style.Min.CSS kommt. Und wenn man hier ein paar hundert Dateien, also ein paar hundert Zeilen oder sowas hat, dann wird es irgendwann sehr, sehr schwer. Vor allem, weil hier immer Zeile 1 steht. Und das ist natürlich nicht so gut. Was heißt, wir müssen doch fürs Debugging das irgendwie ein bisschen besser aufschlüsseln, dass man genau weiß, woher beispielsweise ein Fehler kommt. Und das ist kein Problem. Und genau hierfür gibt es ein weiteres Plugin, das heißt Source Maps. Und das kopiere ich mir jetzt einfach mal. Und zwar sage ich jetzt, ganz zu Beginn unseres Task soll eine Source Map initialisiert werden. Das nächste, was ich machen möchte, ist, ich möchte nachdem unsere finale CSS-Datei erstellt wurde, möchte ich unsere Source Map genau in das Verzeichnis schreiben, in dem auch unsere CSS liegt. Das bedeutet dieser kleine Punkt. Und in dem Moment, wo ich das Ganze jetzt abspeichere und beispielsweise hier unseren Task, also unseren Galb-Sask-Task ausführe, wird das hier wieder durchlaufen. Zack, und wir haben eine neue erstellt. Und hier ist eine Map, eine Style-Min-CSS-Map. Und wenn ich das Ganze jetzt hier aktualisiere und wieder unseren Body anklicke, dann sehen wir hier, das kommt aus Zeile 2 unserer Main.sas. Das heißt, ich sehe jetzt hier, okay, das steht in Zeile 2. Wenn ich jetzt beispielsweise hier unten sage, div und hier sage, color, color, white zum Beispiel, das Ganze abspeichere, dann natürlich hier wieder unseren Galb-Sask-Task ausführe, aktualisiere. Und hier seht unser div, sehe ich hier ganz genau MainSask 20. Und das Ganze funktioniert natürlich auch, wenn ich jetzt hier beispielsweise sage, import variable, also zum Beispiel einfach eine neue SAS-Datei. Diese heißt uns-variable.sas. Hier rein schreibe ich jetzt zum Beispiel einfach white, setze das als variable fest, kopiere mir jetzt hier dieses Verzeichnis und setze das hier unten als variable ein. und das Ganze kann ich jetzt im Prinzip mit Galb-Sask ausführen und in dem Moment, wo ich das gemacht habe, aktualisiere, sehe ich das jetzt nicht, weil es ein blödes Beispiel war. Ich müsste jetzt hier irgendwie sowas machen mit das Ganze hier raus kopieren, hier einfügen und aktualisieren. Irgendwo ist ein Fehler. Wo hat er einen Fehler? White, White, sagen wir hier einfach mal slash fff aktualisieren, aktualisieren, ausführen. So, hat funktioniert. Aktualisieren hier und wir haben jetzt hier unsere div-container. Warum wird es nicht verlinkt? Variable.sas sollte eigentlich damit wunderbar verlinkt werden. Ah, ja, natürlich. Hier fehlt ein add-Zeichen vor. Das ist natürlich ein deutliches Problem, aber jetzt funktioniert das. Indem ich das jetzt aktualisiere, haben wir jetzt hier unseren div-Ordner. Ich gehe da mal mit der Maus drauf und hier steht ganz genau, dieser CSS-Part gehört zu dem Verzeichen, also zu der Datei Variable.sas in Zeile 4. Deswegen ist das für's Debugging extrem praktisch. Ihr solltet für's Debugging immer eine Map mit erstellen. Ob ihr diese später mit auf eure Website ladet, ist ganz euch überlassen, aber für's Debugging, wenn man gerade dabei ist, etwas zu entwickeln, ist das sehr, sehr, sehr praktisch. Grundsätzlich aber müssen wir jetzt auch hier unten wieder unseren Galb Watch im Prinzip nutzen. Das heißt, wenn ihr das später effektiv nutzen möchtet, sagt ihr jetzt wieder einfach nur noch Galb. In dem Moment läuft das hier durch und ich schiebe das mal hier rüber. Und in dem Moment, wo ich dann zum Beispiel hier sage, ich füge jetzt dem Body noch ein Margin hinzu und sage jetzt hier Auto und speichere das Ganze ab, dann läuft hier automatisch der SAS-Befehl durch. Wenn ich dann hier sage, Hallo du, Enter, läuft hier der HTML-Befehl durch. Was heißt später, wenn ihr wirklich die Entwicklungsergebung nutzen möchtet, müsst ihr immer nur noch einfach einmal die Konsole eröffnen, Galb eingeben und der ganze Rest wird automatisch durchgeführt. Allerdings fehlt jetzt ja, wie gesagt, fehlen noch zwei kleine Parts, die sehr praktisch sind. Und zwar neben unserem SAS-Part, unserem CSS-S sozusagen, Styling-Part, brauchen wir dasselbe auch noch mit JavaScript. Was heißt in unserem Assets-Verzeichnis, erstelle ich jetzt ein weiteres Verzeichnis, das heißt JS. In diesem erstelle ich eine neue Datei, die nennen wir jetzt einfach mal Function.js und haben jetzt hier jede Menge lustige Sachen. Das Ganze ist jetzt hier unser JavaScript-Part. Hier sprechen wir unser JavaScript-Verzeichnis an, in unserem Java, also wo wir alle JavaScript-Dateien ansprechen und das Ganze soll später ebenfalls in unser Destination-Assets-JavaScript gesteckt werden. Eine Source-Map wollen wir ebenfalls erstellen, deswegen soll das auch so bleiben. Wir brauchen auch weiterhin unser Plumber. Allerdings benötigen wir hier kein SAS mehr. Wir benötigen kein Autoprefixer mehr. Wir benötigen immer noch ein Rename, aber das machen wir anders. Und wir brauchen auch kein CSS mehr. Allerdings wollen wir immer noch am Ende das Ganze mit .min erweitern. Und zwar das Erste, was wir machen wollen, das müsst ihr nicht machen im Prinzip. Das ist eine Concat-Funktion. Was heißt, wenn ihr hier mehrere JavaScript-Dateien habt, könnt ihr die miteinander verbinden. Das Ganze geht ganz einfach. Wir müssen praktisch nur sagen, wir möchten jetzt alle JavaScript-Dateien, die hier liegen, zusammenfassen zu der Global.js. Das heißt, ich habe jetzt hier die Function und hier steht drin Variable Hallo gleich 0. Das Nächste, was wir machen, wir haben hier eine weitere Datei, zum Beispiel menü.js. Was auch immer. Hier steht Variable menü gleich true. Das Ganze speichere ich jetzt ab und habe jetzt zwei SAS-Dateien. Zwei JavaScript-Dateien. Diese werden hier oben aufgegriffen, in Concat zusammengefasst und mit einem Min in unser neues Verzeichnis abgespeichert. Und ich würde sagen, das Ganze machen wir jetzt einfach mal, indem wir sagen, galb.js. Führen das Ganze einmal aus und das ist einmal durchgelaufen. Wir haben jetzt hier ein neues Verzeichnis mit einer galb.min. Wenn ich hier draufgehe, sind unsere beiden Dateien zusammengefasst, zusammen mit einer Source-Map. Was heißt, wenn ich beispielsweise später das Ganze gucken möchte, wo mein Fehler herkommt, kann ich das auch ganz einfach darüber definieren, in welcher Datei es wirklich liegt. Aber wir wollen natürlich noch viel mehr machen, außer nur so Sachen zusammenfassen. Was heißt, das Nächste, was wir machen, ist, wir sagen, wir uclifyen das Ganze. Das ist wieder ein Plugin, das haben wir hier oben auch schon eingebunden, wir alle anderen auch. Und das ermöglicht es uns, eine Min-Datei zu erstellen. Was heißt, in dem Moment, wo ich das jetzt ausführe, wird wieder eine neue JavaScript-Datei erstellt. Allerdings ist diese jetzt minifiziert. Was heißt, das ist alles in einer Zeile und das ist schon mal nicht schlecht. Aber grundsätzlich wollen wir natürlich noch mehr machen. Und zwar wollen wir jetzt beispielsweise hier so etwas nutzen wie die Konstruktor-Variable. Wenn ich das Ganze jetzt ausführe, wird das im Prinzip ebenfalls wieder erstellt, aber es kommt hier ein Fehler raus. Und das Ding ist einfach, dass wir das nicht einfach so verwenden können, sondern wie der Hinweis hier schon sagt, ist das JavaScript-ES6 und das müssen wir vorher compilen. Und dafür gibt es ein Plugin namens Babel, das füge ich jetzt einfach hier ein mit dem Preset ES2015. Das ist auch hier oben verlinkt. Da ist Babel. Und das Preset müsst ihr ebenfalls installieren. Allerdings haben wir das gemacht, denn wenn wir auf unsere Package gehen, sehen wir hier Babel Core, Babel Preset, Babel Preset Latest und so weiter. Damit könnt ihr das im Prinzip, wo ist es da, hinzufügen. Und wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und hier noch einmal ausführe, dann sollte jetzt hoffentlich diese Fehlermeldung nicht mehr kommen. Und wenn ich jetzt unsere Datei öffne, seht ihr hier unser Konstruktor, den wir hier genutzt haben, also die Konstvariablen-Definition, wurde zu einer normalen Variablen. Und damit kann man im Prinzip jetzt ganz normal ES6 nutzen, ohne wirklich sich darüber Gedanken zu machen, ob es später im Browser funktioniert. Das heißt, unser Task übernimmt das für uns. Aber wir wollen noch viel mehr machen. Was heißt, ich mache hier in ganz vielen Videos so etwas wie zum Beispiel npm install und dann irgendwie die Library. In unserem Fall wollen wir jetzt als Beispiel nur jQuery nutzen. Das heißt, wir sagen jetzt npm install jQuery, also flaggen das Ganze als Dependency, aber nicht als Dev-Dependency, also man macht jetzt nicht noch dieses Dev dahinter, sondern nur Save, drückt Enter und in dem Moment, wo das praktisch jetzt installiert, gucken wir uns mal an, was gleich hier in der Package passiert und zwar wurde hier oben bei Dependencies jQuery hinzugefügt. Das heißt, wenn jetzt jemand später sich euer Programm, eure Website sieht, muss der wie gesagt nur einmal npm i eingeben und installiert sich direkt die Dependency jQuery mit hinzu. Wir wollen jetzt aber natürlich jQuery irgendwie auch benutzen, aber wir wollen darauf nicht zurückgreifen. was heißt, wenn ich jetzt hier einfach sagen würde, console.log und sage jetzt hier slash body, was heißt, wir wollen uns einfach nur mal den Body ausgeben, speichere das Ganze ab, füge hier unsere galp.js aus, hat funktioniert. Wenn ich das Ganze jetzt hier aufrufe, wird nichts passieren, weil natürlich unsere Index noch überhaupt nicht unser Skript verlinkt. Was heißt, das muss ich jetzt erst mal machen. Skript.src.assets.js slash global.min.js soll verlinkt werden. Jetzt müssen wir natürlich, weil unser Task, unser Runner gerade nicht läuft, müssen wir unsere HTML einmal ausgeben, damit das im Prinzip verlinkt wird. Und wenn ich das Ganze jetzt hier öffne, sehen wir hier oben einen Fehler, weil jQuery is not defined. Also es gibt es einfach noch nicht. Und man könnte jetzt natürlich so hingehen und sich jQuery jetzt installieren. Und hier irgendwie einbinden unsere Index HTML oder sowas. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen später nur ein einziges JavaScript Dokument hier haben. Und wir haben ja jQuery installiert. Wir haben das ja gerade wunderbar hier oben gemacht. Es wurde installiert und es liegt auch hier an unserem Node-Modules-Ordner, liegt irgendwo jQuery drin. Es müsste auf jeden Fall installiert sein. Wir haben es gerade installiert, erfolgreich. Und wir wollen es jetzt benutzen. Das heißt, wir sagen jetzt hier oben einfach in unserem JavaScript-Datei Import, Dollarzeichen, from jQuery. Und wenn ich das Ganze so benutzen würde, würde ich einen Fehler ausgegeben bekommen, weil unser GALP kann das noch nicht verarbeiten. Das hat keine Ahnung, was es damit anfangen möchte. Und dafür benötigen wir das Plugin Browser, Browserify oder wie auch immer man das ausspricht. Und das ermöglicht es uns, jetzt ganz einfach, nachdem wir Babel benutzt haben, einfach noch alle möglichen Skripte mit Import zu importieren. Und wenn wir jetzt das Ganze hier abspeichern und hier unten galp.js ausführen, wird das einmal durchlaufen und hoffentlich keine Fehler ausgeben. Nein, es hat funktioniert. Und in dem Moment können wir jetzt einfach mal unsere Global Min öffnen. Und ihr seht hier, komplett jQuery wurde unserer File hinzugefügt. Und wenn ich das Ganze hier jetzt aktualisiere, sehen wir auch, jQuery können wir ganz wunderbar benutzen mit nur einer Zeile Code. Also ihr könnt so auf jede x-beliebige Library zugreifen. Beispielsweise können wir auch mal als Demo noch machen. npm install holer. Sage wieder das Ganze als Dependency abspeichern. Holer ist hier für jeden, der die letzten Wochen nicht zugeguckt hat, eine Library für die Audio-Wiedergabe und alles. Das Ganze steht jetzt hier auch wieder in unserer Package-JSON. Steht ebenfalls jetzt hier holer drin. Das kopieren wir uns mal. Und sagen hier jetzt beispielsweise import holer from holer. Und wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und hier gulp.js ausführe, dann wird jetzt nicht nur jQuery, sondern ebenfalls auch holer verlinkt, womit wir dann ganz normal arbeiten können. Was heißt, so könnt ihr euch jede x-beliebige Library einfach jetzt hinzukopieren, ohne viel Arbeit machen zu müssen. Grundsätzlich bedeutet das, sobald wir jetzt hier im Prinzip unseren Task noch einmal kopiert haben, und zwar hier unten hin und kopieren uns jetzt hier unser JavaScript-Verzeichnis hier rein und sagen hier, es soll unser JavaScript ausführen, speichern das Ganze ab und sagen jetzt hier galp. Also wir lassen unseren Watcher jetzt aktiv laufen. Und in dem Moment können wir jetzt hier einfach sagen, Console Body oder wir sagen einfach Test, speichern das Ganze ab und es hat hier wieder ganz normal unsere JavaScript-Funktion ausgeführt und gibt uns jetzt Test aus. Was heißt, ihr habt jetzt einen Watcher oder eine Funktion, das alles für euch macht. Was heißt, ihr könnt JavaScript programmieren, ihr könnt SAS programmieren, ihr könnt HTML- oder PHP-Dateien oder so etwas erstellen und alles wird automatisch in eurem Distribution-Ordner geladen, minifiziert und für die Distribution in das Ziel-Medium, beispielsweise in den Web-Server oder so etwas, fertig gemacht. Allerdings ist noch eine Funktion hier, die nervt. Und zwar, wenn ich jetzt eine Änderung mache, beispielsweise habe ich jetzt hier etwas Neues reingeschrieben, ich drücke STRG-S, möchte ich wirklich selbst das Ganze aktualisieren, das klingt jetzt banal, aber es ist echt nervig und das ist natürlich nicht so Sinn der Sache, warum ein Task selbst ausführen, den auch der Task-Grunner wunderbar für uns machen kann. Und hierfür haben wir Browser-Sync. Browser-Sync ermöglicht es uns, ziemlich leicht eine lokale Entwicklungsumgebung aufzusetzen und beispielsweise hier einfach unsere Sache zu synchronisieren. Dafür müssen wir als erstes in unserem Task, in unserem Default-Task in GALB etwas Neues hineinkopieren und zwar sagen wir Browser-Sync initialisieren, der Server ist unser Distribution-Ordner, also hier, das ist unser Server, den er später starten soll und wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und beispielsweise hier einfach mal unseren Task beende und nochmal starte, dann seht ihr jetzt auch, dass jetzt in dem Moment, wo ich das gemacht habe, ein Server gestartet ist. Also das habt ihr schon gesehen, die Webseite ist aufgepoppt. Wir haben jetzt hier auch verschiedene Daten, also zum Beispiel steht hier oben jetzt, das seht ihr gar nicht, drin Localhost 3000 und wir haben jetzt hier etwas Wunderbares. Wir haben jetzt einen kleinen Entwicklungs-Server und wir wollen jetzt einfach sagen, wenn zum Beispielsweise unser HTML fertig ist, beziehungsweise bevor es fertig ist, soll einmal der Browser synchronisiert werden mit Pipe, Browser-Sync und dann Stream. Das Gleiche wollen wir natürlich auch machen, wenn beispielsweise unser JavaScript aktualisiert wurde oder unser SCSS aktualisiert wurde und in dem Moment, wo ich das jetzt gemacht habe, beenden wir das Ganze noch einmal. CLS sagen GALB. In dem Moment startet jetzt sicher noch ein Fenster. Zack, können das Ganze hier einfach mal alles schließen. Ups, das war falsch. Muss ich nochmal machen. CLS GALB. Jetzt habe ich es aus Versehen selbst zugemacht. Das war natürlich nicht so clever. Haben sie jetzt hier wieder geöffnet, haben jetzt hier unseren Entwicklungs-Server, der läuft hier im Hintergrund. Ich mache das Ganze mal ein bisschen kleiner, dass man noch was sieht und sage jetzt hier beispielsweise, ich schreibe jetzt hier Test, Test hin, drücke das Ganze auf Start und der aktualisiert das jetzt. Was heißt, in dem Moment, wo ich jetzt die Konsole aufmache, haben wir hier Test, Test. Wenn ich jetzt 1 rauslösche, aktualisiere, synchronisiert er das wieder oder auch nicht. Warum macht das nicht? Doch, macht er. Und hat jetzt hier im Prinzip Test ausgeführt. Das Gleiche gilt auch, wenn ich jetzt hier beispielsweise sage, ich möchte jetzt die Hintergrundfarbe auf schwarz machen, speichere das Ganze ab und zack, es ist schwarz, ohne dass ich es selbst aktualisieren möchte. Was heißt, ihr könnt euch dieses Fenster beispielsweise einfach auf ein zweites Browser, also auf einen zweiten Monitor ziehen oder so etwas und müsst nicht mehr aktualisieren, sondern könnt einfach nur noch runterschreiben. Eure SAS-Dateien werden direkt komprimiert, eure JavaScript-Dateien werden zusammengefasst, direkt komprimiert, eure HTML-Dateien werden, wie gesagt, zusammengefasst und komprimiert und das Ganze funktioniert super. Wie gesagt, dieses Video ist einfach nur ein Aufbau-Video beziehungsweise das Basis-Video für die nächsten, ja, hunderten Videos, die noch kommen werden hoffentlich, damit ihr im Prinzip einfach damit arbeiten könnt. Es ist in keinem Fall perfekt. Was heißt, es gibt noch viel, viel, viel mehr Aufgaben, die ihr tun könnt, die man machen muss im Prinzip. Und wenn ihr Lust drauf habt, schreibt es in die Videokommentare. Ich freue mich, ich kann gerne mal noch mehr Videos mit GALB machen. Ich kann aber auch sehr gerne mal etwas mit Webpack machen. Das ist auch ein sehr schönes Tool. Allerdings, wie ich schon zu Beginn gesagt, ist Webpack ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. und daher für dieses Tutorial oder für Einsteiger finde ich persönlich nicht so gut geeignet. So, das war's wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch, deinen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, wie immer unten in der Videobeschreibung findet ihr Links zu Discord, Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Schaut vorbei. Wenn ihr diesen Show unterstützen möchtet, findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung zwei Links zu Amazon oder einem Hosting-Service, den ich sehr gut finde. Schaut dort einfach mal vorbei und unterstützt diesen Channel etwas. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche mit einem neuen Video wieder. Bis dahin, viel Spaß und Ciao.